Baba-baba-baba-ba-ba-baba-baba-baba-baba-baba Aloha, meine Lieben und willkommen zu einer neuen Episode von The Forest. Jetzt ist es hier The Winter Forest. Und es ist Run Forest, Run. Ja, es ist drei Klamotten in einem. Ich bin gerade ein bisschen falsch gelaufen, da war dann Ende Gelände. Deswegen laufen wir jetzt hier nochmal entlang. Ich bin im Schneegebiet, aber irgendwie ist das eine undurchdringbare Felswand hier überall. In die man weder eindringen kann, sprich in eine Höhle oder so. Ich laufe mal hier zwischendurch oder ist hier auch Ende. Vielleicht kann man hier irgendwo rein. Hier würde ich jetzt tatsächlich auch wieder in eine Höhle mich begeben, weil ich hier noch nicht war. In diesen Höhlen und ich glaube, es gibt noch eine zweite Modern Axe. Die ich dann in der Tat eventuell mit viel, 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 viel Glück finden könnte. Oh, unsere wilden Markierungen. Ihr hattet mir ja Tipps gegeben mit die Höhlen in einer bestimmten Farbe. Und das in einer bestimmten Farbe. Jetzt habe ich aber schon wild markiert. Ich müsste mich dann einfach mal für irgendwas entscheiden und dann nochmal rumlaufen und die dementsprechend dann ändern. Oder falls man da gerade mal vorbeikommt. Ja, ich kriege hier gleich echt einen Kältekoller. Ich nehme mal eben hier Upgraded Stick. So, dann nehmen wir das mal eben in die Hand. Equip. Und zünden das mal an, sonst frieren wir hier gleich echt. Ich weiß nicht, ob wir deswegen vielleicht weniger schnell laufen können oder so. Oh, Hasenfamilie. Geht's da rein? Nein. Tja. Ich weiß nicht, ob man hier grundsätzlich ein Frierproblem kriegt, wenn man hier seine Base aufbaut oder so. Ich glaube, ich befürchte, man kann hier nirgends wo rein. Ich laufe einfach mal noch weiter an dieser Wand entlang. Und hier war gerade eine Alpha-Mauer. Oh, und andauernd ist der außer Puste. Okay, der Tag scheint aber gerade angebrochen gewesen zu sein, als wir vorhin losgelaufen sind, weil es ist schon ein langer Tag. Okay, jetzt verändert sich hier so ein bisschen was. Ja, wie komme ich denn da jetzt runter, ohne zu sterben? Kann ich hier drüber? Jo, alles klar, sehr gut. Gucken, ob hier irgendwo was ist, wo man rein kann. Nein? Das ist alles sehr strange. Oh, meine Eichhörnchen. Okay, hier gibt es keine. Also hier scheinen ein Reh. Die Höhleneingänge rar gesät zu sein. Noch ein Reh. Oh, ich bin in einem Disney-Film. Voll toll. Und ein Hase. Viele von euch sehen da dort nur Nahrung, ich nicht. Ich laufe hier einfach mal weiter rum. Ich meine, das ist jetzt hier, das ist so ein bisschen Walking-Simulator jetzt. Aber, äh, ich habe diese, diesen Bereich noch nie entdeckt. Deswegen, äh, finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Weil ich finde, das ist sehr schön gemacht hier. Hier kommen wir noch weiter rein. Ich glaube aber, äh, ich befürchte weiterhin, dass das hier so, dass diese Wand durchgehend solide ist und wir nirgendwo mal reinhuschen können. Ich habe jetzt auch überhaupt keine Orientierung mehr da hinten. Irgendwo ist unser Zuhause. Ähm. Wir laufen jetzt hier mal durch das kleine Tälchen. Oh, die Fackel hält viel, viel länger als die andere. Das ist sehr gut. Ich muss gleich mal eben was essen. Wir laufen noch ein bisschen weiter. Also, so ein bisschen Abwechslung wäre jetzt hier aber dann doch mal kann man hier irgendwo rein oder bin ich jetzt, glaube ich, hier einfach völlig wehre. Oh, jetzt nimmt der Schnee etwas ab. Ja, aber nicht wirklich. Also, mit den Rehen und so. Ich meine, wenn die größer wären. Das erinnert mich ein bisschen an The Last of Us. An diese Stelle, wo, ähm, Ellie jagen muss. Was ist denn hier? Ne. Ich dachte gerade, aber jetzt wird es natürlich Nacht und wir sind am Arsch der Welt. Aber ich habe zum Glück hier, toi, 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 noch nicht so viele Eingeborene gesehen. Was heißt nur nicht so viele? Eigentlich gar keine. Oh, jetzt wird es aber hier ein bisschen unheimlich. Ah, okay. Jetzt ist es ausgegangen. Ja, das hat aber lange gehalten. Das ist vertretbar. Machen wir nochmal an. Okay, ich werde hier weiter diese Wand entlang laufen. außer ich sehe jetzt links oder rechts was total interessantes. Ich habe keine Ahnung, ob man hier irgendwo reingehen kann, aber... Hallo, Häschen. Kannst du mir bitte Gesellschaft leisten, wenn es jetzt dunkel wird? Okay, ich befürchte diese... Wand bringt so gar nichts. Ich glaube, ich würde dann hier auch wieder dieses Fledermausgeräusch vonnehmen. Sollte ich dort irgendwo rein können. Aber leider, nein, leider gar nicht. Okay, jetzt ist Nacht. Jetzt müssen wir eh mal ein bisschen aufpassen und die, äh, Stallwand im Rücken ist gar nicht so schlecht, weil dann wissen wir, dass sie von da auf jeden Fall schon mal nicht kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob sich die Einheimischen hier gar nicht so aufhalten, weil zu kalt und so. Die sind ja nuggisch. Die sind ja komplett nuggisch. Oh nein. Das ist jetzt aber auch eher, äh... Oh Gott, ich bin schon voll am frieren. So, wir müssen jetzt mal eben Raw Edible Fish. Wir machen uns mal eben ein Lagerfeuer. Aber von unten können sie jetzt auch nicht wirklich kommen. Jetzt können sie quasi nur von vorne kommen. Oder die müssten dann schon sehr steil. Okay, dann packen wir uns mal einen Fisch. Und wir backen uns auch mal das Wasser. Okay. Auch drauf. So, dann kriegen wir jetzt was zu trinken, jetzt kriegen wir was zu essen. Dann haben wir auch ein bisschen warmes Wasser. Das sollte uns ja... Guck mal, wie der Arme zittert. Das sollte uns ja auch ein bisschen... Komm, wir gehen mal näher dran. Zittert das immer noch? Soll ich mich reinstellen ins Feuer? Oder ist das einfach nur ein Bug jetzt? Okay. Voll sind wir. Jetzt warten wir, bis das Wasser abgekocht ist. Und dann... Ziehen wir mal weiter. Also da runter können wir wohl nicht hin. Weil ich glaube, da stürzen wir hart ab und das war's dann. Oh, sieht ja schon schön aus jetzt, ne? Okay, das können wir jetzt trinken. Dann nehmen wir den Pott wieder mit. Warum baut sich da mein Stamina nicht weiter auf? Frage ich mich jetzt gerade. Wir laufen jetzt hier mal einfach weiter. Ah, ne, hier kann man doch runter. Ich bin jetzt wahrscheinlich hier einfach den riesigsten Umweg der Welt gelaufen. Hm, ich erkenne nicht so viel. Okay, dann nehmen wir hier nochmal so ein bisschen Schüssel mit. Oh. Ach, was war das? War das der Stein, den ich hier durch die Gegend geschoben habe? Oh man, ich dachte, hier wäre ne... Hier wäre ein Eingang. Schüssel. Na, jetzt bin ich irgendwie wieder im Forest. Nee, ich will eigentlich noch ein bisschen durch Schneegebiet laufen, dann laufe ich mal da oben lang. Ach, jetzt ist das verbrannt. Dann laufen wir mal hier oben lang, so. Okay, ich prepare das nochmal. Ich meine, es ist zum Glück hell genug. Wahrscheinlich war das wie ein Jedi-Meister haben mir unsere Stange da gezogen. Was war da hinten? Aber hier ist essenstechnisch halt eher schwierig, ne, im Schneegebiet. Okay. Ja, strange, Mann, dass ich hier... Also, ich werde heute wahrscheinlich auch nicht so viel mehr aufnehmen. Eigentlich müsste man am besten mal so eine Riesen-Session am Stück machen. Ich gucke mir aber vielleicht vor der nächsten Aufnahmesession nochmal, werfe ich nochmal einen Blick auf die Karte. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe jetzt drei aufgenommen. Das müsste für die, für die, ähm... Ah, hier gibt's... Ah, ja, 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 ja. Ähm, das müsste für die... Nicht die Folge. Für die Woche reichen, so. Und, äh... Ich meine, die Modern Eggs... Äh? Jetzt mal ohne Steine. Okay. Whatever. Das ist schön hier mit den roten Bäumchen. Oh no. Oh no. Da hinten sehe ich einen Fork. Das ist nicht gut. Bist du nur einer? Bist du nur einer? Jetzt kämpfe ich mit einem Stock gegen den. Das ist auch geil. Das ist auch geil. Ich kann das auch nicht... Oh fuck. Jetzt sind es mehrere Momente. Oh scheiße. Ah, das ist schlecht. Äh, ich würde gerne mal meine... Waffe wechseln. Ja, Katana ist da glaube ich schon besser. Wie viele sind denn das jetzt hier? Oh oh. Oh oh. Wie viele sind das? Was habe ich denn jetzt hier ausgewählt? Habe ich das Katana noch? Ne, ich habe was anderes jetzt in der Hand. Gibt es auch nicht. Hä? Wer wirft denn hier? Was? Schweinehund. Bist du eigentlich beschissen oder was? Oh fuck. Oh Leute. Was ist denn das jetzt hier für ein Stress mitten in der Nacht? Oh Gott. Ich habe keinen. Ich habe keine. Oh fuck. Okay. Alter. Alter. Oh, war das ein Wildschwein? Oh. Ey, Leute, was war denn das jetzt hier für ein Stress, bitte? Unfassbar. Da wollten sie es jetzt aber nochmal richtig schwer machen. Ich muss mal schnell... Obwohl, ich kann mal eben hier... R, ein Fisch drauf. Drop. Drop. Okay. Oh, Mann. Oh, Wildschwein. Hallo. Hallo. Hier. Hast du mich jetzt angegriffen? Das ist aber nicht so nett. Hat das Wildschwein mich jetzt angegriffen? Ja, das war jetzt stressig. Es waren nur drei, aber das war hammerstressig gerade. Ich weiß nicht, wo die dritte Leiche ist, ehrlich gesagt. Oh, wow. Ja, ich habe jetzt also super viele Clothfragments verschwendet. In dieser Aufnahmesession nichts gebacken gekriegt. Es ist ja... Besser kannst du ja kaum laufen, du. Okay, dann nehmen wir noch ein paar Knochen mit. Bitches. Bitches. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Mama mia, ey. Ich sollte mir mal ganz kurz, wenn ich kann, noch ein paar, das sind Mads. Okay. Dann mache ich, äh, combine, combine. Ich brauche noch mehr Mads. Combine, combine. Hä? Ah, ich kann... Ah. Ich kann nicht mehr Mads machen. Okay. Was haben wir jetzt? Mads plus... Shikori. Nee, das geht nicht. Was haben wir jetzt? Energy Mix. Okay, wir essen mal hier so einen Energy Mix, damit wir jetzt mal wieder aufgebaut sind. Können wir davon nochmal einen machen? Ah, so mache ich einen Energy Mix plus. Aha. Okay, jetzt haben wir keinen Aloe Vera mehr. Ah, ja, ja. Okay. Jetzt haben wir das wenigstens mal wieder. Puh. Wie lange nehmen wir auf? 16 Minuten. Okay. Ja, dann würde ich mal gucken, dass ich irgendwie zum, zum Safehouse zurückkomme. Ja, solche Folgen muss es halt auch mal geben, ne? Wo halt irgendwie gar nichts passiert. Öhöh. Die kann man essen. Ja, kann man essen. Schade. Ja, also die Modern Eggs, ich meine, ich will meine Base auch noch ausbauen. So ist es nicht. Dafür wollte ich die Modern Eggs haben. Aber, bevor wir uns jetzt, ich gucke, ich versuche mal die Karte mir anzuschauen. Und, sollte ich das schnell finden können, irgendwie total logisch, ja? Dann, äh, ich muss mal eben hier mich säubern. Bin ich jetzt sauber? Ne. Ne, nicht wirklich. Okay. Egal. Dann werde ich... Okay, das ist jetzt einfach nur ein blutiger Stick. Den müssen wir jetzt hier nochmal... Dann gucke ich, dass ich die Modern Eggs besorge. Wenn nicht, arbeiten wir mit der anderen Eggs, die wir haben. Und dann machen wir daraus einfach das Beste. Das andere bleibt uns jetzt irgendwie nicht übrig. Ich laufe hier mal so ein bisschen... Ich laufe mal quer oder direkt auf das Wohnungssymbol zu. Wahrscheinlich sollte ich ab und zu mir einfach mal so ein Energy Mix reinhauen. Was ist denn mit einem Energy Mix Plus? Hält der dann einfach länger an? Oh nein, höre ich schon wieder was hinter mir laufen. Ja, eine Map fände ich bei The Forest, also nicht nur eine, die man finden kann, sondern wo man richtig sich auch irgendwelche Markierungen machen kann. Das fände ich schon geil. Weil so ist halt... Boah. Ist da so ein Muschiklaus? Da läuft ja so eine Riesenspinne. Das ist Muschiklaus, ne? Ja, geil! Dann laufen wir mal außen rum. Dann habe ich jetzt ja mal gar keinen Bock drauf hier. Hier oben lang. Holy shit. Nee. Also mit dem jetzt hier auch noch in der Nacht anlegen? Nö. Nö. Oh fuck. Was ist denn da draußen hier bei mir los? Hat der... Hat der mich... Jetzt laufe ich auch noch durch ein Dorf, oder was? Alter! Ist das euer Ernst? Was ist das denn hier für eine? Aber ein bisschen romantisch, der... Läuft da ganz alleine, so. Bisschen romantisch hier im Raum. Ach, guck mal, jetzt bin ich hier im Krater. Ja, kritzel du mal in dein imaginäres Buch. Ich möchte nur nach Hause. Also ich hab, äh... Ich hab... Also, wir müssen mehr mit Plan vorgehen. Ich werde nochmal versuchen, die Map zu studieren. Werde versuchen, zu checken, wo das ist. Wenn ich es nicht checke, machen wir einfach mal unsere Base fertig. Wir haben jetzt immer irgendwelche Ausflüge gemacht. Ich muss auch mal dann die Base irgendwie fertig kriegen. Okay, ich bin schon wieder durch. Ja, wir sind ganz schön weit gelaufen. Also, das Schneegebiet ist schon ein Stückchen weit weg. Wahrscheinlich sollte man dann wirklich mit, ähm... Einigen Energy-Mixes in der Tasche. Also, ich würde mir für The Forest wünschen, eine Map, die man immer hat. Und, ähm... Quick Slots. Vier reichen ja schon. Dann kannst du dir einen Energy-Mix, einen Heil-Mix... ...ne Waffe... ...und ein Werkzeug. Dass du da einmal ins Inventar gehen musst und das auswählen musst, das finde ich so ein bisschen doof. Und, äh, das... Das wäre... Das wäre halt cool. Ich meine, da wird jetzt nichts mehr geändert werden. Das ist mir schon klar, aber... Ähm... Das... Das wäre halt richtig gut. Ah, wir haben ja noch dieses kleine Pizzle-Häuschen, ey. Wir haben ja noch nichts... Ja, wir müssen mal ein bisschen was zu Hause schaffen. Das ist mir... Das ist, äh... Das ist... Das ist gut. Dann machen wir es halt mit der anderen Axt, auch wenn es mit der Modern-Axt halt einfach schneller geht, aber... Was sollen wir machen? Wir haben es halt nicht. Oh ja, Aloe Vera ist gut. Ist hier im Umkreis noch ein bisschen Aloe Vera? Ich gehe mal ein bisschen langsamer jetzt Richtung Zuhause, aber ich glaube leider nicht. Aloe Vera, finde ich, ist am schwersten zu finden. Ne, kommt wahrscheinlich darauf an, wo man ist, aber... Was ist denn noch sehenswert? Und wo finde ich denn die Raccoons? Ich habe jetzt schon Wildschweine gesehen, die hatte ich vorher noch nicht. Das war gut. Das war ziemlich gut. Aber, äh... Ah ja, jetzt sind wir hier. Hier müsste es doch auch ein paar Bärensträucher geben, die ich plündern kann, oder? Aber die ändern sich ja. Manchmal sind es gute, manchmal sind es schlechte. Hier. Ah! Yes! Die kann ich essen. Sehr gut. Perfekt. Okay. Ja, dann sind wir jetzt zu Hause. Dann werde ich hier auch mal einen Cut machen. Ja, dann haben wir jetzt mal ein bisschen die Dingens erkundigt. Waren in einer Höhle drin, in der wir schon 48.000 Mal drin waren. Ähm... Na, das nehmen wir natürlich auch mit. Alles, was hier an pflanzlichen Medikamentzutaten am Start ist, wird mitgenommen. So, also eine längere Aufnahmesession in The Forest wäre auch mal ganz cool. Aber, ähm, jetzt habe ich, okay, ich habe drei Folgen aufgenommen, das ist jetzt auch nicht so super kurz. Also, so Einfolgedinger, wenn man wirklich so wenig Zeit nur hat, ähm, das, das finde ich, das macht irgendwie keinen Sinn. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich dann so wenigstens drei mindestens aufnehmen kann. So, wir speichern hier auf Slot 5 und, äh, dann das nächste Mal. Ich schaue mir die Karte vorher mal an. Ich gucke, ob ich das hinkriege. Ob ich finde, wo die Modern Axe ist. Wenn nicht, dann holze ich hier einfach in der Umgebung Bäume ab. Und, äh, werde dann da unten meine, meine, mein Ding endlich mal fertig bauen. Weil das, äh, ich möchte das mal so ein bisschen schön machen. Und dann, äh, können wir einfach mal gucken. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder, äh, einschaltet. Bis dann. Aloha.